ja hallo leute und wie ihr seht hier ist der stau nachdem wir im eisbiom waren oder winterbiom waren uns den wind um die ohren pusten lassen haben sind wir jetzt hier wieder beschäftigt mit staus die keiner weiß warum er jetzt nicht weiter fährt aber das machen wir alles nach dem intro bis gleich ja warum fährt er nicht weiter gute frage er jetzt hier ein signal aber das ist ein ganz einfaches signal aber vielleicht ist es daran dass das irgendwie durch einen anderen blockiert ist hier vielleicht aber der war doch eben noch nicht da oder jetzt wird der weiter aber der fährt nicht weiter jetzt ist die schwierigkeit hier ne warum fährt der jetzt nicht zu dem signal keiner weiß das noch mal signale das ist blau ist überall blau aber es ist niemand anders da also hier ist blau weil das darum auch geht wenn ich jetzt dieses signal wegnehmen fährt er dann vor ja macht er aber dann wird das nächste signal dass er fährt zum glück hier links rum ok weil hier nicht weiter gefahren weil hier grün ist also das hier ist auch wieder so keks da brauchen wir gar nicht drüber reden ich sehe schon dass wir dort definitiv hier das so nah nebeneinander brauchst du keine zwei gleise machen das funktioniert nicht weil du musst dazwischen definitiv sag schon wenn wir hier schon sind dann machen wir das doch mal gerade durch hier so dann machen wir das doch mal gerade durch ja geht jetzt hoch und runter ist jetzt sante mit mir wird ja schon wieder meckern weil das bringt so uns nichts weiter aber ja da steht der nächste weil der da vielleicht fährt keine ahnung aber die müssen definitiv hier immer drauf und wir müssen gucken dass die kreuzung immer frei sind also ein zug von hier kommt möchte der definitiv vielleicht hier rein fahren ja könnte sein das kann hier schon mal definitiv weg und dieses kann auch schon mal weg dahin fährt sowieso gerade kein zug lang glaube kann man das abreißen nein ja doch geht auch schon so und dann müsste dieses hier noch um ne doch warte mal da mach so rum geht jetzt wegen der steigung wahrscheinlich so genau so sieht es aus bäumchen wechsel dich jetzt weißt warum tante mir mir sagte alles platt machen geht nicht radio ist zu eng kannst du wieder wegreißen ja der fährt schon nach dahinten definitiv land hier absenken aber geht nicht so noch mal sand land absenken so jetzt aber so jetzt hat das funktioniert das möchte ich hier um da rein ist das so gut so möchte ich erst so geht's und dann müsste das eigentlich auch gehen hier lang so jetzt ist wichtig dass hier noch ein signal entpasst also hier muss erstmal ein signal hin mit vor charakter damit der immer wartet bis das zweite signal welches dahinter ist frei wird so das ist richtig das ist richtig das hier muss weg das braucht da gar nicht sein glaube ich fahrzeug ist unrentabel so der kann ja da rein schon fahren ok weil hier ja wieder nicht geht wahrscheinlich ne so wird es sogar funktionieren dann machen wir das doch reißt das weg weil das macht keinen sinn das macht auch gerade keinen sinn signale hier mit vorsignal beim rausfahren beim reinfahren egal glaube ich wichtig ist dass da einer drin ist ne weil keiner drin ist dieses signal mal auch zum vorsignal sieht erstmal gut aus oder so reißt das ab reißt das ab das ist aus dem lock schuppen raus ne das reiß auch ab reiß auch ab dieses signal diese strecke da lang so und diese strecke noch da lang geht gerade nicht hoffentlich nur weil er da drauf steht passt er hat zwei signale das heißt hier muss auch ein anderes signal hin ein vorsignal und da kann dann normales signal hin oder so er hat damit frei gemacht dann kann er da durchfahren aber er fährt sowieso da lang alles klar so die rauskommenden na dieses hier ist schon mal quatsch das kann weg hier lang kann keiner fahren hier schon weil nur einspurig so und hier jetzt muss diese diese strecke nach da das sieht erstmal gut aus oder so das hat ein vorsignal fährt da lang steht hier weil was hier los ist ok die fahren erstmal alle so dieses stück kann sowieso weg weil wir ja das andere gleis jetzt haben weil die sollen ja jetzt hier lang fahren das passt auch die kommen von da können da lang fahren und geradeaus fahren jetzt die frage ja der fährt auf jeden fall sieht erstmal gut aus oder wenn der jetzt da rein fährt ist alles gut schlecht ist weil es hier schon wieder das gleiche problem ist wie vorher ne einfach zu eng hier einfach zu eng hier der fährt geradeaus und musste da warten das ist schon das ist schon das problem dann noch wert auf jeden fall alles das ist schon mal gut er fährt auch durch mit seinem sand auch gut so jetzt wird er auch oder was hier ist irgendwie noch ein knotenpunkt ach so der will sowieso hier rein ok ja das ist da schwierig das ist da schwierig hier ist ein ganz großer schwieriger punkt das muss sein das muss sein aber dieses hier muss nicht so sein glaube diese kurve muss so sein ja das ist schon schwierig dass das da lang geht wäre besser wenn das hier rum geht oder vorweg hier wird dieses gleis schon mal lang gehen das wird uns schon viel bringen glaube wenn der da lang fahren kann muss der da lang ist die frage nicht unbedingt oder signal hier auf jeden fall warten mach mal so ich glaube dieses hier kann jetzt weg oder oder ein signal dahin ich weiß nicht wo die sonst noch lang fahren würden warte mal lass mal gucken können wir hier da rüber und dann da sieht so aus als ob das gehen könnte ne geht es so rum nein natürlich nicht natürlich geht das nicht warum steht er jetzt da und fährt nicht weiter ok da ist auch alles gelb ne ok der fährt jetzt nach der lass uns da mal noch ein signal hier zwischen machen dann fahren die auch schneller weiter glaube das ist jetzt ein bisschen tricky hier ne ich glaube so geht es das ist jetzt weg warum stehen sie jetzt hier ist das hier wieder so dann darf der fahren ich weiß jetzt nicht wo der hin will ne ist gerade ein bisschen doof wer fährt jetzt hier warum nicht warte mal anderes signal auf jeden fall ne der ist nicht das problem wer ist jetzt das problem der zug da irgendwo ist jetzt hier wieder der haken dran warum ist jetzt hier alles gelb warum wird dieses signal nicht erkannt dann fahr erstmal so los ach jetzt kommt der nächste hier schon rein wahrscheinlich aber erst muss der fahren ne das geht nicht anders weil wenn der nämlich jetzt hier rum fährt ja dann kann ich das danach hoffentlich löschen speichere zum glück ist nicht kaputt gegangen so jetzt ist das weg ich hoffe die fahren jetzt alle da lang und das signal da ist vielleicht gar nicht so schlecht dass das jetzt gerade so läuft wird spannend hier ne na guck mal wie viel jetzt fährt der erst raus wenn ich den jetzt hier ein signal hinsetze ne ja so dann fährt er schon ein stück vor aber ist das gut jetzt wenn der da stehen bleibt davor stehen bleibt blockiert er dort oder vielleicht muss das so weiß ich nicht jetzt steht wieder alles keiner weiß warum hier müsste jetzt auch definitiv eine andere farbe anfangen in meinen augen oder jetzt fährt er ich glaube das muss jetzt hier so ein farbiges signal eigentlich sein aber seht ihr es ist wieder so es ist wieder so wenn ich jetzt da rein gucke dann sehe ich dass das wieder nichts bringt warte mal die fahren doch sowieso da lang kann der doch da schon mal weg weil der fährt doch da lang dieses signal muss das da überhaupt stehen ich glaube nicht das kann weg ich glaube wir machen da noch ein signal hin hier noch eins ok jetzt ist der abschnitt da schon mal kleiner jetzt wird tatsächlich auch der ok ist das jetzt besser oder schlechter ich weiß es nicht jetzt passt hier wieder kein signal hin kriege ich dieses hier noch anders hingebaut sieht nicht so aus da ist ein prall bock nochmal das signal nein das sieht auch doof aus ich habe mich verirrt du hättest aber da rein fahren sollen und doof waren es ist das jetzt richtig ich hoffe es da ist noch etwas was weg kann hier steht jetzt kein signal ne Ich glaube, es muss jetzt so eins sein. Hier geht wieder keins hin. Kannst du wieder vergessen. Das wollten wir auch da bauen. Jetzt sehe ich es. Ich glaube, dann könnte es gehen. Warte mal, der biecht jetzt auch nicht nach da ab. Das heißt, das weg, das weg. Schnell Signal bauen. Das müsste das sein. Das muss da hin, das muss da hin. Jetzt wieder alles auf einmal grün. Keiner weiß warum. Das muss vielleicht hier noch hin. Jetzt ist besser. Gute Frage, ob es gut genug ist. So, geht da jetzt noch ein Signal hin? Ja, geht es. Geht da ein Signal hin? Ja, geht es. Aber das ist falsch rum. Das muss weg. Jetzt steht der da im Weg. Der muss eigentlich hier gerade durch. Wo will der denn jetzt hin? Warum fährt der denn jetzt nicht? Mann, hier ist alles frei, Junge. Mach Gas. Noch ein Signal. Ein Vorsignal hier hin. Zack, jetzt geht es, oder? Jetzt haben wir es aber geschafft, ne? Muss hier auch noch eins hin? Bestimmt. Wir haben nachher so viele Signale, dass wir gar nicht mehr wissen, welche Sachen hier losgehen, oder? Jetzt sieht es erstmal gut aus, oder? Kann das sein? Ah, das wird schon bunter immer. Umso bunter es ist, umso besser ist es, glaube ich, oder? Und zur Zeit fahren sie. Ah, hier ist noch ein bisschen schlecht, ne? Kann das sein? Wird immer besser, immer bunter. Aber hier gehen keine Signale hin, ne? Ah, schade, dass es mit dieser Kreuzweiche, das ist ganz schlecht. Jetzt fährt der auch noch nicht mal, ne? Ich wollte schon sagen, vielleicht blockiert er sich auch hier selber, ne? Ah, er fährt jetzt aber. Ach so, weil hier so viele Signale nacheinander sind. Macht ja vielleicht auch Sinn. Ich glaube, wenn das Signal jetzt ganz weit hier vorne stehen würde, müsste man mal checken, ob das geht. Vielleicht geht das ja. Ah, aber der müsste, na, weiß ich nicht. Doch bis dahin müsste er eigentlich vorfahren können und dann warten. Ja, muss mal gucken, weiß ich noch nicht. Sagt auf jeden Fall interessant geradeaus, ne, oder? Hier so. Schick bunt. Hier geht leider nichts. Warte, ich müsste, ja, das habe ich schon ausgewählt. Ah, hier gehen leider keine Signale mehr zwischen. Oh, hier wird sogar noch eins gehen. Und da darf noch rausgefahren werden, oder? Dann würde ich das ja schon mal... Ah, das bringt nichts. Ne, das bringt leider nichts. Kannst du abreißen, das Signal, das bringt nichts. Vielleicht müsste ich dieses gerade erst rauskommen und dann so schräg. Ja, das könnte ich vielleicht noch probieren. Ah, weiß ich nicht. Aber erst mal läuft's. Hier ist kein Knoten. Was machen wir da noch? Ich sag mal, für die Folge soll's auch reichen. Ich bedanke mich erst mal recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine WAP macht, eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wir jetzt das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben. Und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.